Heute gibt's was ganz Spezielles, zusammen mit Essü, Leute, machen wir mal wieder die Random Skin Challenge und zwar heute aber ganz speziell und zwar, ihr seht hier Leute, wir sind hier wieder in meinem Spind unterwegs und ich hab einen Haufen Skins und das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel so ein episches Skin bekomme, darf ich nur epische Waffen spielen, wenn ich jetzt Pech habe und einen roten Skin bekomme, nämlich rot ist kein Joker, muss man nämlich legendäre Waffen spielen, wenn man jetzt zum Beispiel so einen blauen Skin bekommt, dürfte man blaue Waffen spielen, wenn man einen grünen Skin bekommt, grüne Waffen und so weiter und so fort, Leute. Leute, ich hoffe, wir bekommen einen grauen oder einen grünen Skin, Leute, das wäre meiner Meinung nach relativ easy und wer am Ende die Runde gewinnt und mehr Kills als der andere hat, bekommt 200 Euro, Leute, das heißt, falls ich einen legendären Skin bekomme, muss ich eine legendäre Waffe finden, mehr Kills machen als Essü und die Runde gewinnen, wird extrem hart, Leute, aber ihr wisst, ich werde alles geben, ich würde sagen, Abfahrt. Legendäre Waffen, let's go. Aber Bro, du hast einen Marvel Skin, du bist rot. Ja, rot ist legendär. Ach so. Ja, gibt es rote Waffen oder was? Also für mich ist rot eigentlich disqualifiziert. Für rote Skins wurde vorgesehen, dass man legendäre Waffen spielen soll, als Strafe quasi. Diese roten Skins sind Strafe, Leute. Oh mein Gott, was ich bekommen habe, Professional Hair Care. Was brauchst du, du hast lila, ne? Ich habe lila, Digga, ich habe lila. Bitte, Leute, legendär! Ey, wenn wir legendär finden, ich fresse einen Besen, Leute, ganz ehrlich. Ich fresse einen ganz großen Besen, aber legendär ist halt wirklich legendär. Damals war es so gewesen, eigentlich jede dritte Kiste war irgendwie legendär, aber mittlerweile... Monkey Philipp ist einfach bei mir. Der kann mir ja helfen, eine lila Waffe zu finden. Aha, guck mal, da wird sie direkt wieder mit Streams halt dann zusammengearbeitet. Gerne. Ey, okay, aber ich bin zufrieden. Wir haben vier Schockwellengranaten, das ist echt nice. Ey, Leute, ich mache ja zwar hier fett auf DJ mit meinem Backbring, aber... Nach irgendwas legendären sieht das hier nicht aus. Naja, das kannst du vergessen. Kannst du vergessen, Leute. Also wenn man nicht irgendwie Lootdrop in unsere Hände fällt... Schnell abbauen, Leute. Schnell abbauen. Dann weiß ich auch nicht. Stani ist gleich da. Hä, Bro, das ist doch ein Bot, oder, Leute? Down, 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 down. Das ist doch ein Bot? Hä? Hä? Zitronenbiss. Hä? Einfach Lama Clap you, aber ich brauche... Boah, wie grün der ist. Ich brauche lila eine Waffe. Keine grünen Waffen. Schön. Bro, ich habe den ersten Kill. Boom. Was? Ja, ja. Erster Kill. Erster Kill ist drin, ne, Digga. Und ich habe vielleicht Full Mads? Ich habe den ersten Kill. Full Holz? Bro, das war übelst, der Schwitzer, sag ich dir. Hart auf hart, ne? Das war ein richtiger Schwitzer. Direkt ab in die Zone, Leute. Ab in den Urlaub. Ich weiß immer noch nicht, hast du eine Waffe mittlerweile? Ich habe den Stinkebogen, Bro, aber ich habe kein Schild. Bro, da unten sind Gegner, Leute. Ich brauche Schild, Leute. Vielleicht sollten wir einen kurzen Stecher bei Sloppy machen. Bootsfahrer unter mir. Hilfe, Hilfe. Da fahren sie, Leute. Autofahrer, after the Mew. Ja, keine Ahnung, was ich machen soll. Ich weiß auch nicht mal, wann hier Loot Drops endlich mal runterkommen. Weil Loot Drop wäre für mich... Ich probiere einfach, Leute. Das wird, glaube ich, eine längere Überlebenschallenge ohne Waffen einfach. Das wird hier... Wir haben einen Kill. Es hier muss auch erstmal einen Kill machen. Bro, du musst aber auch das Spiel gewinnen. Ja, ich weiß, aber ich habe Dingsgranaten. Warum haust du mich? Impulskanaten, weil impuls ich die letzten Gegner einfach aus der Zone raus. So ein Ding würde das sein. Willst du legendär? Ja! Ey, das gibt es doch nicht, Leute. Das ist doch ein schlechter Scherz, Alter. Irgendjemand will mich hier gewaltig pranken, glaube ich. Wer will mich hier pranken? Schreibt es jetzt in die Kommentare rein. Ey, ich laufe einfach mit Gemüse rum, Leute. Zu Unreal. Ich bin einfach Gemüseberg geworden. Bro, wenn ich noch mehr blaue Tränke finde, dann, äh, wirklich, dann kann ich die Gegner damit bewerfen. Das ist ja unreal. Ich habe ja schon in der Runde alleine sechs blaue Tränke gefunden. Ey, ey, das ist doch ein Witz. Sieben blaue Tränke. Ey, hätte man eine Challenge gemacht, wer mehr blaue Tränke findet, der hätte ich mit Abstand gewonnen. Bro, die Season ist einfach extra so, dass man keine legendären Waffen findet. Bald neue Season. Hype is da. Gibt es hier... Oh, nein, das... Nein, bitte nicht, Leute. Okay, da steht ein Auto. Was habe ich hier gebaut? Ich muss die User scheiß auf. Ich baue das Auto. Sonst komme ich nicht in die Zone. Ich kann ein gutes Heal-Off machen, vielleicht. Jawohl, mit den... Wozu mache ich überhaupt die Kisten auf, wenn ich eh nur Scheiße daraus bekomme? Naja, ich habe noch... Oh, gibt Gummi! Ich habe eventuell noch die Hoffnung, dass wir im Endgame vielleicht irgendwie eine Waffe auf dem Boden finden. Ja, aktuell bin ich so ein bisschen mit meinem Spanisch am Ende. Dass ich das noch erleben darf. Ich habe einen Bot gekillt. Nein, 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 nein. Schade, dass der alleine war. Bro, schade. Das ist doch mal gut jetzt. Was ist los, Stani? Möchtest du ein bisschen Salat haben? Komm, ich habe für dich Salat. Lass mich in Ruhe. Ey, ich werde attackiert. Ja, ist mir egal. Ich brauche deine Hilfe. Stani, tu mir das nicht an. Legendär! Das gibt es nicht, Leute. Es gibt keine legendäre Waffe. Schrei mich nicht an, Junge. Wenigstens haben wir es in die Zone geschafft. Ich möchte nicht von dir angeschrien werden. Wenigstens das. Wie viele Killst du? Du hast einen Kill. Ich habe auch einen Kill. Ich habe zwei Kill, Bro. Wie, zwei Killz? Hä? Ja. Wie denn das? Mit einer Menge... Oh, was ist das? Ist da jemand? Ach, das ist das. Der hat mir sicher eine Waffe. Aber ich habe nichts, um ihn jetzt zu töten. Tja. Das würde ich mal sagen. Pech gehabt. Oh, was haben wir denn hier? Falsche Richtung. Billett. Ja, ich kann einen guten Heal-Off machen, Leute. Glaube ich. Ich glaube, das wird wahrscheinlich das sein. Ist da jemand? Fokus, Fokus, Energiediskuss. Oh, da oben sind welche. Da links ist viel los. Oh, ne, Leute. Da gehe ich nicht hin. Es will auf jeden Fall mitmischen. Soll er machen. Kann er gerne machen. Hier ist Blondie. Blondie, Blondie, Blondie. Oh, oh, Leute. Das sieht gut aus hier. Das sieht sehr, sehr gut aus. Das könnte... kein Gamechanger sein. Ich werde so fett attackiert. SU down, Leute. Wenn SU down ist, müssen wir nur noch die Runde gewinnen. Da wurden Leute wieder belebt. Nein, da wurden Leute wieder belebt, ja. Bro, wie viel... Leute, wie viel sind hier bitte? Wie viele Mad-Kids ich auch schon gefunden habe. Also ich sage dir echt... viel Zeug kann ich mich gar nicht beschweren in die Runde. Ich wandle einfach wie so ein Doktor hier rum. Doktor. Wichtig, Leute. Wichtig, Leute. Wichtig. 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 Ganz, ganz wichtig. Ey, das bist du. Er wurde einfach wiederbelebt. Er wurde einfach wiederbelebt. Hä, wer? Den ich gekillt hatte. Also zählt der Kill nicht. Doch. Nee, nee. Er wurde wiederbelebt. Jetzt zählt der nicht. Der Kill zählt, Digga. Ich mache jetzt noch ein Kill. Der hat alles in Grün. Der alles in Grün. Der verfolgt mich jetzt. Der ist grün. Wichtig, Leute. Sehr, sehr wichtig. Wirklich länger. Bro, wo kommen die alle her? Dankeschön. Wo liegen Pfeile? Bro, ich haue einfach weiter ab, Leute. Ich haue einfach weiter ab. Es hat keinen Sinn. Ey, wie viele Leute hier sind. Es hat Ritter keinen Sinn. Oh, no. Es war... Philipp, tut mir leid. Richtig. Oh, mein Gott. Was soll ich machen? Ich habe einen guten Loot jetzt. Ich habe jetzt einen guten Loot. Ich muss hier raus. Ich kriege gleich nochmal Hits. Oh, da ist ein Loot Drop, Leute. Oh, der Loot Drop konnte echt Game Changer werden. Nee, mir ging. Oh, mein Gott. Da müssen wir lange warten. Und die Moral der Geschichte. Am Ende bin ich wieder wegen Stream Sniper verreckt. Weil die da so rumgerannt sind. Und ich dachte, die wollen mich attackieren. Da bin ich so lange in der Zone geblieben. Oh, ich habe eine Dings gefunden, Digga. Was hast du tolles? Leute, wir werden jetzt die Runde gewinnen. Da habe ich die Challenge gewonnen. Let's go. Die lag zufällig hier rum, Bro. Ey, Bro. So lacht die da so rum. Wie viel Glück kann man bitte haben? Wie viel Glück kann man bitte haben? Ich check's nicht. Digga, du könntest echt gewinnen jetzt. Ein paar gute One-Shots verteilen und dann Abfahrt. Krass. Camp. Du bist in der Zone. Bro, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Bitte, bitte rede nicht. Ich werde jetzt hier die Runde für mich gewinnen. Wie viel haben wir gesagt? 200 Euro, ne? Nix da. Digga, die lag einfach nirgendwo, nirgendwo. Doch, 200 Euro haben wir gesagt. Ach so, der Stream Sniper hat dir das nicht gegeben, ne? Nein, nein, nein. Hä? Da war kein Stream Sniper. Nee, nee, nee. Anstatt dass du meine Karte holst. Ja, jetzt hast du was gesagt. Nicht gut. Boah, was haben die da oben gebaut? Leute, ich bin in gute Positioning. Ey, ich habe eigentlich gutes Line-Up, sag ich euch ehrlich, ne? Ja, die da oben müssen jetzt runterkommen. Also die können natürlich die ganze Zeit campen. Runde gewinnen, Challenge gewonnen. Ganz einfache Mathematik. Ey, Bro, wie krass das war. Ey, wie viel, sag ehrlich, wie viel Glück kann man haben? Checkt das einer? Ach, alles gut, Tokio. Oh, wenn du den jetzt holst, sogar. Jetzt! Er muss zwei Kills machen, Leute. Zwei Kills. Warum? Nein, nein, ich muss nur die Runde gewinnen. Weil du bist raus. Nee, Bro, hä? Du musst jetzt zwei Kills machen. Wannabe? Wannabe? Du hast Schock lane. Mach W pump. Überfordert gerade gewesen. Alles gut, kriegst du Sinn. Hinter dir? Nee, nee, das ist, äh, oh. Hast du den, 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 den Wattstartfunkte jemanden? Loll, einfach vor mir fischte gespawnt. Loll! Wie viel Glück kann man haben? Einfach fischte vor mir hier gespawnt, Bro. Bro, was? Ey. Ich check nicht, was hier abgeht, Leute. Ich hab halt nix Metz, Leute. Ich hab keine Metz. Nein, ich dropp. Die kommen zu mir. Lass den einrushen. Oh, der ist gut. Oh. Ich hol Highgrounds. Ich glaub, der eine hat kein Schild mehr. Nein, ich komm hier nicht runter. Der arme Junge. Was wird das hier? Egal, was machen die mit mir. Einen nur noch. Ich bin der beste Spieler der Welt. Der beste Spieler der Welt. Let's go. Haben wir gut gemacht. Gute Hilfe hast du von mir bekommen. Ich bin einfach der beste. Like, abonnieren, Leute. Winner. Winner, winner, chicken dinner. Bro, bro, zu krank. GG. Zu krank, Alter.